Capital Bra is back, ja, nachdem sein Attack Team Partner Sombra ja jetzt hier für wenige Wochen das Feld komplett übernommen hat, ist der gute Capital wieder zurück am Start und im Gepäck hat er den guten Casey Rebel und Clouseau. So, wilde Konstellation auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wo sie den Clouseau ausgegraben haben, ich habe eigentlich gar nicht gewusst, dass er noch Musik macht, ja, der hat ja mal einen doch relativ großen Hit mit Chicago und so ein bisschen so Rap-mäßig war es schon, was er gemacht hat, aber das war eher so Schmuse-Rap gemixt mit Singer-Songwriter, ja, so James Blunt trifft auf Oli P. Ja, also, das klingt jetzt, glaube ich, schlimmer, als es gemeint ist, ich mag Clouseau eigentlich, ich finde, der hat gute Tracks, Alter, jetzt mal Realtalk. Wilde Konstellation erstmal, ne, also jetzt nicht so wirklich Casey Rebel und Capi, ja, die haben ja schon mehrere Songs miteinander released und der gute Casey Rebel sollte ja eigentlich auch auf Teledin sein, was dann aber aus irgendwelchen mir nicht bekannten Gründen doch nichts wurde. Da gibt es sogar einen Leak von seinem Part auf Teledin, gehen wir jetzt hier direkt rein. Es tut so gut, das zu lesen, oder Leute? Oder Leute, jetzt mal Realtalk, jetzt mal Realtalk. Directed by dem Steven Spielberg der deutschen Musikvideo-Industrie. Nice, Alter, nice. Junge, Junge. Ist das, ist das der, der Korridor zum Hotelzimmer? Ist das der Korridor zum Hotelzimmer? Man weiß es nicht, ne? Sie muss hier raus, aber wohin? Der gute Clouseau hat wirklich eine geile Stimme, Alter. Ich muss auch sagen, ich habe von ihm jetzt lange nichts mehr gehört. Lass das mal locker. Lass das mal locker sieben, acht, neun Jahre sein, ja? Irgend sowas, Alter, ne? Also, was ich krass finde, ist, er sieht immer noch jung aus, ne? Ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ne? Also, das ist, Clouseau hat so ein bisschen so dieses Babyface-Syndrom, ja? Ich glaube, der wird auch mit 50 noch jung aussehen, ja? Das ist so Michael J. Fox-Vibes, ne? Wie kann der 40 Jahre alt sein, Leute? Ja? Wie kann der 40 sein? Das ist Wahnsinn, oder? War für mich irgendwie zu erwarten. Also, ich halte von Clouseau so viel, dass er sich nicht auf dieses Niveau herab lässt, von wegen, ja, ich hau mir hier, keine Ahnung, Kokaina und Tiladine und so weiter, ne? So dieses, dieses Drogen-Beherrlichende, Drogen-Glorifizierende. Ich glaube, das ist nicht der Film, den Clouseau fahren möchte. Deswegen ist es hier doch eine sehr, sehr deep, lyrische Hook, ne? Und gefällt mir sehr gut, ja? Auch wenn es natürlich sehr altbackene Powercodes sind, die er hier runterspielt. Das Ding ist produziert von Bizarre und von Joker F. Und die geben sich hier eigentlich auch nicht mehr wirklich Mühe, ja? Also, um das mal jetzt ganz, ganz diplomatisch auszudrücken, ich weiß noch, so, zum Beispiel Sonny Black, ja? Das Album mit der Konstellation Bizarre, Joker F, Shindy und Bushido, die vier zusammen, haben da bietechnisch wirklich komplett auseinandergenommen, ja? Ähm, das hier dagegen ist halt, das sind Standard-Powerchords, ja? Das ist, äh, das haben die sogar benutzt bei, ähm, bei Lieber Gott von Kapi und Samra, ja? Das sind genau die gleichen Akkorde, ja? Bloß auf dem Klavier. In ihrer Welt gibt's keine YouTube-Blogger, sie geht auf die Knie für ne Kapsel Coca, sie zieht... Warum sind die Menschen bloß so kalt? Ihre Liebe ist nicht echt. Wie, wie, wie geht das nochmal? Ach, Alter, so textsicher bin ich nicht. So textsicher bin ich nicht. Lieber Gott, sag mir, was mach ich falsch? Ja, ja, jetzt hab ich's, ja. Lieber Gott, sag mir, was mach ich falsch? Denn eigentlich bin ich ein guter Mensch. Und warum sind die Menschen bloß so kalt? Denn ihre Liebe ist nicht echt. Und da, da ist es aber nicht, ähm... Dim, 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 dim. Ja, ist einfach nur, äh, anderer Pattern, ja, aber über die gleichen Akkorde gelegt. Das ist, äh... Der Aufwand ist ein Minimaler wie Disney-Zeichner. Oh! Für ne Kapsel Coca, sie zieht Lines, sie will tief fallen. Sie hat fünf Typen, aber liebt keinen. Also in diesen vier Zeilen, gerade von Capital Bra, steckt mehr Inhalt, als in seinen gesamten Songs, die er bisher 2020 released hat. Jetzt mal Realtalk, Alter. Wirklich nice. Wirklich nice. Wirklich nice, Alter. Wirklich nice. Schön, Mann. Schön. Es geht doch, verdammte Axt. Es geht doch, Alter. Sie hat fünf Typen, aber liebt keinen. Fucking Line mit Impact, Alter. Ja? Sehr schön. Sehr schön. Man, äh, man kann faktisch einfach sagen, dass sowas, sowas, was er hier gerade schildert, öfter passiert, als, als man eigentlich denkt, ne? Das ist wirklich Wahnsinn. Auch in Deutschland, ne? Also, äh, gerade so in so Städten wie Berlin. Aber krasse, krasse Thematik. Ist auf jeden Fall keine Thematik, die jetzt, sagen wir mal, automatisch bei den, bei den ganz kleinen Kids hier für hellhörige Ohren sorgen wird, ja? Deswegen auf jeden Fall eine Entscheidung gegen Streaming-Rekorde. Ja, aber trotzdem ist das Ganze natürlich noch in einer kommerziell Mainstream-tauglichen, äh, Melodie, ne? Mit eingebunden und so weiter, ne? Es ist jetzt nicht komplett sperrig, aber es ist auf jeden Fall schon mal, einfach mal wieder inhaltlich was anderes und das ist sehr erfrischend, das jetzt hier von Kapi so zu hören. Und ich muss auch sagen, das Video macht einen sehr, sehr nicen Eindruck, ja? Was ist denn hier los, Alter? Was ist denn hier los? Der Heiko in Topform, der Kapi in Topform. Ist euch das mal aufgefallen, dass Kapi und Samra immer dann nochmal so Geistesblitze erkennen lassen, wenn sie nicht mit den üblichen Verdächtigen zusammenarbeiten, das heißt mit sich selber, sondern halt mal so ein Clueso oder so ein Contra-Kar mit reinholen ins Team, ja, so einen Außenstehenden, der dann neue Impulse setzt. Ich glaube, das tut den beiden sehr, sehr gut, weil die halt über die letzten zwei Jahre gefühlt 67 Features miteinander gemacht haben. Bro, es ist doch super, dass ihr euch gut versteht, ja? Es ist doch super, dass ihr Friends for Life seid, dass ihr Best Bros seid, ja? Dass ihr auch bestimmt mal die Schwerter kreuzt, ja? Dass ihr bestimmt auch mal zusammen in der Badewanne facetimt, ja? Das ist da alles schön und gut, ja? Aber es ist auch gut, dann nicht jeden Song zusammen zu releasen. Darunter hat das musikalische Niveau mitunter stark gelitten bei euren Songs. Und deswegen ist das, glaube ich, ganz gut, nachgefühlt 85 Features, hier mal mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Da kommt was bei rum, was sich definitiv hören lassen kann. Schönes Ding bisher. Hook von Clueso, nice. Capi's Part, nice. Ungewohnt inhaltsreiche Lyrics, fast schon so Storyteller, kann man schon so sagen, ne? Storyteller-mäßig. Und man hätte ihn meiner Meinung nach auch hier rauslassen können, ja? Also es ist nicht schlecht, es ist also nicht komplett Kacke oder so, ja? Es ist nicht so, dass ich mir denke, Mann, Alter, was habe ich mir hier gerade angehört? Aber ich weiß einfach, was der Casey von 2015, 16 aus diesem Song gemacht hätte. Jetzt mal Realtalk, Leute, oder? Hätte nicht nur lyrisch, sondern auch flowtechnisch hier alles auseinandergenommen, ja? Hier, finde ich, hat er einen deutlich schlechteren Part als Capital Bra. Da sie will einfach nur weg, Schnee fällt in ihrer Wohnung und bringt sie in eine andere Welt. Ich frage mich immer noch, wie diese Konstellation hier zustande gekommen ist, ne? Also die müssen sich ja dann irgendwie, keine Ahnung, übers Label, haben die wahrscheinlich da irgendwelche Label-Chefs so, keine Ahnung, die Profilbilder aller ihrer Signings da ausgedruckt und dann irgendwie wild auf den Tisch hin und her Memory gespielt und dabei kamen raus Casey Rebel, Capital Bra und Chloeso. Immer Blaulicht am Fenster und jetzt fliegt sie nach oben, irgendwo in einer anderen... Dass der 40 ist, geht wirklich auf keine Q-Out, Alter. Ja? Geht wirklich gar nicht, Alter. Wahnsinn. Kostet Instrumente, da kann ich nochmal kurz Liebe Gott zum Besten geben. Warum sind die Menschen bloß so kalt? Hängen sich... Sehr, sehr nice. Ich bin sehr, sehr positiv überrascht, ja? Das ist, glaube ich, der beste Capital Bra-Song, den ich dieses Jahr gehört habe. Und das ist ein Kapi-Song, glaube ich, ne? Das ist ein Kapi-Song, der soll auf CB7 dann wahrscheinlich mit rauf. Macht Hoffnung so ein bisschen, ja? Ja, sowohl der Song an sich, als auch vor allen Dingen, was noch viel, viel wichtiger ist, im Hoffnungsschimmer für das Album, ist die Leistung des Main Artists hier, Capital Bra, ja? Hat den wirklich starken Part abgeliefert. Und ihr wisst ja selber, ich habe hier auf dem Kanal schon die ein oder andere Cringe-Reaction hochgeladen, aber nicht, weil ich gegen Kapi persönlich etwas habe, sondern einfach, weil ich seine letzten Songs cringig fand. Und das ist da eigentlich das, was man auf YouTube eigentlich hochladen soll, oder? Ja, es hieß doch irgendwann mal vor vielen, vielen Jahren, in the galaxy far, far away, hieß es doch mal, broadcast yourself. Und nicht broadcast, was du denkst, dass die Leute hören wollen, damit du in ihrer Story landest, ja? Das ist die Agenda, die hier gepusht wird, ja? Make reactions real again, meine Freunde. Und dann? Untertitelung des ZDF, 2020